Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zurück bei unserem Let's Play Together Keep Talking and Nobody Explodes. Ich mit dem Bombenmanual und an der Bombe wie immer Valerius. Ja, der Vergessliche. Wie ihr seht, ich öffne mal das Buch, haben wir hier schon eine Bombe mehr. Das lag daran, ich habe vergessen auf Aufnahme zu rücken beim ersten Versuch hier. Das ist mir zum Glück eingefallen. Wir probieren es einfach nochmal, lieber Northgate. Ich würde sagen, ihr habt zum Glück auch nicht so viel verpasst, denn wir sind ziemlich kläglich gescheitert. Wer hätte es anders gedacht? Wer hätte es anders erwartet? Keiner. So, Pick Up The Pace 2, 2 Minuten 30. Wie ihr seht, wir hatten noch 6 Sekunden beim letzten Mal. Mal gucken, ob wir es diesmal besser schaffen. Ich hoffe doch. Ich hoffe auch. So, also ich habe auf Start gedrückt und los geht es. Oh Mann, oh Mann. Das passiert mir nicht nochmal. So. Okay. Oh, wir haben Doppel-Keypads. Wir haben zweimal Keypads. Krass. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, also wir haben Doppel-K. Doppel-K, ja. Abgeschnittene 3. Ja. Das Half-Life-Zeichen. Ja. Und mein bekanntes Schreibschrift-L. Also, welches jetzt? Nicht die Säcke. Achso, nicht die Säcke. Okay. Dann das L, beziehungsweise das W. Ja. Das Doppel-K, die 3 Half-Life-Zeichen. Alles klar, sind wir durch. So, nächstes. Umgedrehtes Frage-Zeichen. Ja. Eine 6. Ja. Äh, Tapp-Stop-Zeichen. Ja. Boah, und das ist richtig kompliziert. Also, da ist ein Dreieck mit drin. Das Alien. Ja, das Alien. Okay. Die 6. Ja. Tapp-Stop-Alien. Frage-Zeichen. Alles klar, ist durch. So, wir haben einen gelben Hold-Knopf. Einen gelben Hold-Knopf. Alles klar. Ähm, wo ist er denn? Hier. Drücken, mir die Farbe sagen. Weiß. Wenn irgendwo eine 1 ist. Alles klar, ist erledigt. Wir haben Drähte. 6 Stück. 6 Stück. Keine gelben. Nein. Dann genau ein gelber. Ja. Mehr als ein weißer. Nein. Keine roten. Nein. Schneiden vierten durch. Alles klar, Sally. So, wir haben wieder die 6 Wörter. Hier. No. Steht. N-O. Unten rechts. Y-O-U-R. Your. Your. Okay. Moment, das war kein Wort. Entschuldigung. Your. U-U. U-R. U-Hu. Okay, U-R. So. Dann haben wir LED. D. Okay. Mitte links. Mitte links. Ready. Haben wir das denn? Yes. Okay. Okay, haben wir. So. Und C. Oben rechts. Oben rechts. U-R. Done. U. Und erledigt. Okay, super. Haben wir noch was? Nee. Durch? Durch. In grandiosen 19 Sekunden noch. Wow, obwohl wir das mit den Key-Ads am Anfang wieder. Da sind die Kommunikationsprobleme dann teilweise offensichtlich. Es war einfach so lustig, als ich das gesehen habe, nachträglich, wie wir aneinander vorbeigeredet haben. Sehr gut war das. Ja. Gut. So, dann die nächste Bombe. No Room for Error. Die haben wir schon mal anprobiert und natürlich nicht geschafft. Weil wir dürfen keinen Fehler machen. Ein Strike, ein Leben. Wir müssen das hinkriegen. Konzentration. Konzentration. Ach, nochmal Finger knacken lassen. So. Und wenn wir Morse-Code haben, bitte den zuerst. Alles klar. Wir haben kein Morse-Code. Wir haben Keypads. Okay. Schwarzer Stern. Ja. Smiley. Ja. Dreizack. Ja. Drei mit Hörnern. Dreizack. Smiley. Drei Stern. Alles klar. Wir haben Drähte. Ja. Vier Stück. Vier Stück. In Ordnung. Mehr als ein roter? Nein. Ist der letzte gelb? Nein. Genau ein blauer? Nein. Mehr als ein gelber? Nein. Schneid den zweiten durch? Ist richtig. So, wir haben wieder Drähte. Vier Stück. Mehr als ein roter? Nein. Nein. Ist der letzte gelb? Nein. Genau ein blauer? Ja. Dann schneiden die ersten durch? Ist erledigt. So, wir haben Memory. Stift gezückt. Die vier. Die vier. Dann drück den Button in der vierten Position. Okay. Wir haben die drei. Button in der ersten Position. Okay. Wir haben die eins. Drück den Button mit dem gleichen Label wie in Stage 2. Äh, okay. Wir haben die eins. Drück den Button an der gleichen Position wie in Stage 1. Okay. Und wir haben die vier. Drück den Button mit dem gleichen Label wie in Stage 3. Alles klar, ist erledigt. So, wieder die sechs Wörter. Oben steht First. F-I-R-S-T. Oben rechts? Oben rechts. Yes. Y-E-S. Was machen wir das denn hier? Okay. Right. Okay. Haben wir. So. Jetzt das nächste Wort ist Display. Unten rechts? U-H-U-H. U-U also. U-U. Okay. Moment. Was machen wir das denn? U-R-U. Ist erledigt. Okay. So. Und Read. Read. Ähm. Mitte rechts. Mitte rechts. Hold. Also Read. R-E-A-D. Genau. Okay. Hold. Moment. Was machen wir das denn? Hier. U-R. U. Dann. U-U. U. Wir haben es geschafft. Bombe durch. Bombe durch. Yeah. 2 Minuten 15. Man darf halt keinen Fehler machen. Ne. Das ist. Das ist so. 2 Minuten 15. Ne. Das ist Bestzeit. Wer hätte das gedacht? Ja. Ich glaube die Zeit war jetzt bei dem. Bei der Bombe auch nicht ganz so das Problem. Sondern es ist wirklich. Dass man halt einfach keinen Fehler machen darf. Richtig. Dann sich vielleicht eher nochmal. Ein bisschen Zeit nehmen. Genau. Um alles nochmal. Genau zu überprüfen. Jetzt haben wir scheinbar 8 Minuten. 8 Minuten. Wie heißt die Bombe? Oh. 8 Minuten. 8 Module. 3 Strikes. Okay. Puh. Schauen wir mal. Schauen wir mal ob wir wieder Morsekot haben. 8 Module. Also bestimmt. Jetzt haben wir bestimmt alles mal. Da kommt alles drin vor wahrscheinlich. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Okay. Ich kann ja schon mal gucken. Wir haben auf jeden Fall Morsekot. Mit dem fangen wir dann mal an. Würde ich sagen. Ja. Ja. So. Was ist zu tun? Du musst mir sagen. Es blinkt jeweils kurz. Und es blinkt dann länger. Also die Lampe leuchtet ein bisschen länger. Ach so. Dazwischen. Ja. Dazwischen kommt immer ein. Eine lange Pause. Genau. Stimmt so war das. Eine Pause. Und nachdem das alles wieder von vorne anfängt. Oder besser gesagt. Bevor es wieder von vorne anfängt. Kommt eine längere Pause. Also es muss unterscheiden zwischen einer kurzen Pause. Und einer längeren Pause. Okay. Also ich hab's. Okay. Lang, kurz, kurz, lang. Okay. Sag mir einfach, wenn du was. Ist egal, wenn's durcheinander ist. Wie? Ach so. Okay. Das sind mehrere Buchstaben. Ein. Boah. Du schande. Okay. Okay. Lang, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz. Okay. Haben wir sonst noch was? Lang, 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 lang. Lang, lang, lang. Ich dachte, du kaltest. Wo war ja? Ähm. 3, 5, 3, 5. 3, 5, 3, 5. Ja. Probier das mal. Okay. Und dann auf TX drücken? Ja. Ist richtig. Puh. Super. Okay, dann haben wir, ähm, drei, also wieder die sechs Buchstaben, äh, sechs Wörter. Okay. So, wir haben SES, S-A-Y-S. SES, wo ist das denn? Okay, unten rechts. Y-O-U. You. Sure. You. 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 Okay, haben wir. Mit Anpostroph. Okay. Ähm. There. T-H-E-R-E. There. Okay. Moment. Da-da-da. Wieder rechts. U-H. H-U-H. Uhu. Okay. Uhu. Kannst du es direkt wieder drücken? Äh, sagt er es falsch? Dann haben wir Read. R-E-A-D. Mitte rechts. First. Left. Okay. Yes. Okay, haben wir. Dann haben wir Nothing. Mitte links. Right. Yes. Nothing. Okay, haben wir. Okay. Okay. So, dann haben wir Mace. Mace. Also, das nächste Modul. Sagen wir, wo die, der erste grüne Kreis ist? Der erste grüne Kreis ist bei B4. B4. Okay. Sagen wir, wo das, der rote, das rote Dreieck ist? Das ist bei A6. Und der weiße Punkt? Der ist bei C2. Okay. Unten, links, unten, links, ganz nach unten. Okay, ist erledigt. Ich habe einmal gefailt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Strikes. Okay. Ähm, was auch immer. So, wir haben sechs Drähte. Sechs, also die normalen Drähte. Genau, normale Drähte. Okay, dann gibt es keine gelben? Ja. Ist die letzte Seriennummerstelle ungerade? Nein. Genau, ein gelber? Nein. Keine roten? Nein. Schneiden wir den vierten durch? Ist richtig. So. Wir haben Keypads. Yay. Wir haben Dreizack. Ja. Smiley. Ja. Drei mit Hörnern. Ja. Und Tabstopp. Okay, Dreizack. Smiley. Tabstopp. Drei. Ist erledigt. Wir haben einen roten Abortknopf. Einen roten Abortknopf. Ähm, bleib drauf und zeig mir die Farbe. Weiß. Wenn irgendwo eine Eins ist. Okay. So, wir sind durch. Ähm, wir haben die Drähte von erster Rote und so weiter nach. Okay, alles klar, gut. Bin soweit. Okay, der erste Rote nach A. Ähm, nicht schneiden. Erster Blauer nach C. Nicht schneiden. Zweiter Blauer nach B. Nicht schneiden. Dritter Blauer nach A. Nein. Zweiter Roter nach A. Nein. Erster Schwarzer nach A. Ja. Zweiter Schwarzer nach A. Ja. Dritter Roter nach C. Nein. Vierter Blauer nach C. Nein. Dritter Schwarzer nach A. Nein. Okay, ist erledigt. Wir haben wieder Morse-Code. Ach du Schande. Ach, nochmal. Oh mein Gott. Jetzt aber. Okay. Okay, dreimal kurz. Ja. Ach, scheiße. Okay. Boah, ey, das gibt's noch nicht. Irgendwelche durchgenommen, das haben wir einfach... Ähm, kurz, kurz, lang. Ach, Schande, ey. Das ist richtig schwer, das Ding. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, kurz. Also dreimal kurz. Den haben wir wahrscheinlich schon. Viermal kurz. Ja, gut, das war's. Ey, ich krieg das... Äh, 3505, probier's mal. Wir sind raus. Ach so. War's das letzte? Das war das letzte, ja. Versuch vielleicht, wenn das möglich ist, die Module ein bisschen zu gruppieren, sodass wir die gleichen immer direkt nacheinander machen. Ah ja, okay, ist für dich einfacher, ne? Dann sparen wir Zeit für Scrollen. Genau, weil ich muss sonst immer manuell wieder durchgucken und sehen, wo was ist.